Hi, guckt euch mal bitte die Videos an, die ich euch unten in die Kommentar-Leiste verlinke von dem Video. Zwar ist ein Gameplay-Material von Elex, dem Spiel von Bion, der weiß, da sieht man ein bisschen was von der Spielwelt. Man kann schon sehen, welche Waffen es im Spiel geben wird und ein bisschen auch das ein oder andere Lager schon. Und generell auch ein bisschen die Welt, wie die programmiert wurde. Guckt euch einfach mal an. Viel Spaß dabei.